Im letzten Video haben wir festgestellt, dass es in der Welt von The Walking Dead circa 7 Milliarden Zombies gibt, auf die ungefähr eine Million Menschen kommen. Und im gleichen Atemzug stellte sich mir da die Frage, wieso gibt es so wenig Kinderzombies? Vielleicht ist euch das auch mal aufgefallen beim Sehen von The Walking Dead, denn es gibt sehr, sehr wenig Kinderzombies. Bis hin zu wirklich gerade so einer Handvoll. Und um das soll es heute in diesem Video gehen, denn heute kläre ich eventuell die Frage, warum wir so wenig Kinderzombies in The Walking Dead haben. Beziehungsweise allgemein so wenig Kinder, das ist halt auch ein interessanter Punkt irgendwie. Und wenn ihr da auf die Antwort wissen wollt, dann bleibt doch gerne dran und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Genau, wie schon gesagt, im letzten Video haben wir über den Virus und über Zombies im Allgemeinen geredet. Die Anzahl der Zombies im Verhältnis zu den Menschen und da ist mir halt aufgefallen, es gibt sehr wenig Kinderzombies. Um genau zu sein, gibt es sechs offizielle Kinderzombies in der The Walking Dead Hauptserie zumindest. Bei Fear und World Beyond bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber auf jeden Fall in der Hauptserie gibt es genau sechs Kinderzombies. An der Stelle muss ich einmal reingrätschen aus dem Schnitt, denn in der Zeit, wo ich das Video am Schneiden war, wurde ich in den Kommentaren schon darauf hingewiesen, dass es tatsächlich noch einen Kinderzombie in The Walking Dead gibt, den ich tatsächlich aus den Augen verloren habe. Und zwar in Staffel 11, Folge 21. Da begegnet Maggie einem relativ jungen und auch noch sehr frisch aussehenden Kinderzombie. Hier wäre die Debatte, die ich dann nachher noch im Video anspreche, bezüglich, haben Kinder, die in der Apokalypse geboren sind, überhaupt den Virus in sich? Wäre kritisch, dieses Kind könnte eventuell ein Jahr älter sein als Judith. Wäre jetzt aber zu viel verlangt, da jetzt so kleinkariert drauf einzugehen. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben, damit es auch korrekt ist. Also es gibt insgesamt sieben Kinderzombies. Danke auf jeden Fall, dass ich da in den Kommentaren darauf hingewiesen wurde und weiter geht's mit dem Video. Und um diese ganz schnell mal abzuklappern, zähle ich sie doch eben mal auf. Und zwar fangen wir mit dem ersten an und das ist wohl der ikonischste Kinderzombie. Und zwar das kleine Mädel in der ersten Folge von The Walking Dead, dass Rick auf dem Highway begegnet und dann auch... Ne, ihr wisst Bescheid. Fun Fact am Rande, die Schauspielung von dem kleinen Mädchen hat relativ, ich glaube in der achten Staffel, was sind... Genau, in der achten Staffel hat sie nochmal einen Zombie gespielt, der auch ziemlich ähnlich so vom Design her war, heißt Kleid und Schminke und Verfallsgrad, wie das Mädchen aus Staffel 1. Ich denke, ich werde hier mal ein Vergleichsbild einblenden. Ist tatsächlich ein sehr interessantes, interessanter Fun Fact, muss ich sagen. Den zweiten Kinderwalker bekommen wir in Staffel 2 zu sehen und das ist die gute Sophia, ja. Ich habe sie nicht auf dem Schirm gehabt eigentlich, weil das für mich so war, ja klar, Sophia hat sich auch in einen Zombie verwandelt, aber dass es wirklich ein effektiver Kinderzombie war, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, bin ich ehrlich. Aber ja, das war unser zweiter Kinderzombie. Nummer 3 ist Penny, a.k.a. die Tochter des Governors in Staffel 3. Dann hätten wir das vierte Zombiekind und das wäre Patrick aus Staffel 4, wo im Prison die Krankheit rumgeht. Er war ja mehr oder weniger der Anfang vom Ende in Staffel 4 vom Prison irgendwie, mit wegen den Krankheiten und so, Anfang vom Ende. Den fünften Kinderwalker hätten wir den Random Kind in Alexandria in Staffel 5, während Alexandria überlaufen wurde von der Horde. Da gibt es auch mehr oder weniger nur einen ganz kurzen Ausschnitt von dem Kind, aber es war halt irgendein Random Kind. Es gibt auch keine bestätigten Charakter, denen es verkörpern soll. Es ist einfach ein Random Kind, aber dadurch irgendwie finde ich es auch sehr, sehr creepy, muss ich sagen. Und zu guter Letzt den sechsten Kinderwalker und das ist Noahs Bruder in genauso Staffel 5, da wo Tyrese stirbt, beziehungsweise von dem er ja gebissen wird, wieder von dem gebissen? Ich weiß gerade gar nicht mehr, aber die Folge, wo Tyrese stirbt. Ja und das war's, das waren die sechs Kinderzombies aus The Walking Dead. Und sind wir mal ganz ehrlich, irgendwie ist es sehr wenig und deswegen stellt sich mir die Frage, warum? Na gut, es gibt mehr oder weniger zwei Ansätze. Es gibt die logische Antwort und es gibt die The Walking Dead-Antwort. Die logische Antwort wäre, Kinderschauspieler sind sowieso schon ja eher wierig und Kinderschauspieler, glaube ich, zu bekommen für so eine brutale Serie, beziehungsweise blutige, gorrige Serie und dann auch als Zombie, also als Untoten zu bekommen, vor allem im jungen Alter, so im Teenager-Alter ging es vielleicht noch, aber im jungen Alter ist es wahrscheinlich auch eher schwierig. Wobei man ja auch bei Kinderschauspielern bedenken muss, die haben ja auch noch ihre, gibt ja da gewisse Gesetze, an die man sich da halten muss, ne, so Arbeitszeiten und so. Das wäre die logischste, aber auch langweiligste Antwort. Deswegen gehen wir doch einfach mal zur The Walking Dead-Antwort. Punkt eins wäre für mich einfach, die Kinder haben vielleicht einfach wirklich nicht lang genug überlebt, dass wir sie in der Serie hätten sehen können. Man muss ja sagen, Kinder sind leichte Opfer, beziehungsweise leichte Ziele, weswegen es natürlich sein kann, dass diese sehr schnell gestorben sind, egal ob jetzt durch Menschen oder durch Zombies und wir sie deswegen einfach gar nicht gesehen haben, halt, dass die Kinder gar nicht lang genug überlebt haben, um für uns in der sichtbaren The Walking Dead-Serie zu existieren. Der nächste Punkt wäre für mich sehr wahrscheinlich der logischste Punkt und wahrscheinlich auch der Grund, warum es so ist. Kinder sind ja von der Körpergröße halt her im Vergleich zu einem erwachsenen Menschen ein Snack für einen Zombie. Deutet vielleicht, wenn die Kinder von Zombies angegriffen wurden, wurden sie einfach komplett aufgegessen, so dass sie gar keine Möglichkeit hatten, sich in Zombies zu verwandeln. Bedeutet einfach, dass sie so schnell so tot waren, dass sie sich gar nicht hätten verwandeln können. Bedeutet halt einfach vielleicht, dass nichts mehr von denen da war. Was halt für mich die logischste Möglichkeit war, weil ja wirklich im Vergleich zu einem Menschen, zu einem ausgewachsenen Menschen, ein Kind halt auch sehr wenig Fleisch so am Knochen hat. Und da hat so ein Zombie halt dann mal schnell alles weggesnackt. Wie gesagt, das wäre so für mich auf jeden Fall der logischste Punkt, denn man muss halt wirklich bedenken, es gibt ja Situationen, vielleicht die Kinder wurden in großen Gruppen beschützt von den Erwachsenen, wie es ja nun mal der Fall ist. Aber die Erwachsenen haben es vielleicht nicht schnell genug geschafft, sich vor den Beißern zu retten, wurden selber infiziert, sind vielleicht gestorben und durch den Virus im Schlaf mutiert und haben dann eben diese Kinder, die sie beschützen wollten, halt einfach weggemampft. Hört sich böse an, ist es auch, aber es ist sehr wahrscheinlich die Realität, weil das für mich am plausibelsten eigentlich klingt. Denn man muss auch bedenken, Kinder haben meistens auch mehr Angst, dementsprechend gibt es vielleicht Momente, in denen sie panischer reagieren, heißt schreien, auch Babys, die schreien und dementsprechend auch vielleicht einfach Zombies sehr schnell auf sich aufmerksam machen und dementsprechend halt auch sehr schnell abgelebt haben. Ein kleiner anderer Punkt, der auch sehr, sehr interessant wäre, da gibt es sogar ein Interview, wo die Macher von The Walking Dead darüber reden, beziehungsweise halt eine Antwort gegeben haben, warum sich so wenig Film-Serienmacher trauen, explizit Baby-Zombies zu zeigen. Ich bin ganz ehrlich, ich fände es krass, heftig, aber auf eine gute Art, wo wir aber jetzt zu einem Punkt kommen, den wir jetzt auch mit einbrechen müssen. Natürlich, um Gottes Willen, es wäre, glaube ich, ich glaube, das wird niemals passieren, dass wir Baby-Zombies sehen und das jetzt in einer ernsten Situation, in der ich nicht so Comedy-Zombie-mäßig, weil das halt schon sehr krass ist, aber ich stelle mir halt so eine Situation auch unfassbar heftig für so eine Serie vor. Ich weiß nicht, die Mutter oder der Vater halten das Baby auf den Arm und auf einmal beißt das Baby, es hat keine Zähne. Die Antwort ist mir gerade spontan eingefallen, es hat keine Zähne, es wäre das Ungefährlichste. Man könnte es, ich wollte gerade sagen, ans Haustier halten, das war jetzt nicht so gemeint. Man könnte es einfach behalten und es wäre kein Problem, weil es hat ja keine Zähne. Hm, okay, das ist ein interessanter Punkt. Baby-Zombies wären nicht gefährlich. Wow, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Aber wie gesagt, der Punkt Baby-Zombies ist halt sehr, sehr kritisch, weil es halt schon ein gewaltiger Schritt in sehr, sehr krasse Gefilde ist. Aber um auf den Walking-Dead-Grund zurückzukommen, wäre natürlich die Möglichkeit, was ich im Video vom Freitag erwähnt habe, dass eventuell die neugeborenen Kinder, die in der Apokalypse schon geboren sind, eventuell gar nicht dem Zombie-Virus ausgesetzt sind. Bedeutet, dass sie irgendwas noch nicht in der Luft verteilt war, ob es im Essen war, ob es im Trinken war, ob es im Wasser war, egal was, dass sie diesen Virus einfach nicht haben und dementsprechend die neue, bessere Generation sind, die die Welt quasi von den Zombies befreien könnte, weil der Virus halt langfristig ausrotteln könnte. Was halt auch sein könnte, warum halt so jemand wie Judith und RJ einfach sich in meinen Augen sehr wahrscheinlich niemals in Zombies verwandeln werden, weil es halt zum einen Hauptcharaktere sind und zum anderen halt einfach Kinder, die in der Apokalypse geboren sind. Was zum Beispiel erklärt, warum so jemand wie Patrick sich verwandelt hat, Penny sich verwandelt hat und halt auch Sophia sich verwandelt hat. Karl ist natürlich auch ein gutes Beispiel. Er wurde auch gebissen, stand auch quasi kurz vor seiner Verwandlung. Er hat es natürlich früh genug beendet. Aber alle Kinder, die wir sehen, die quasi als Zombies dargestellt wurden oder hätten Zombies werden können, in Anführungsstrichen Karl, sind Kinder, die in der Apokalypse oder beziehungsweise davor schon gelebt haben. Vielleicht sehr jung, aber sie haben gelebt. Deswegen, wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass die heutige Generation der Neugeborenen in The Walking Dead entweder immun ist oder einfach dem Virus nicht ausgesetzt war, also beziehungsweise halt den Virus einfach nicht mitbekommen hat. Ja, um das Ganze jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, entweder gibt es so wenig Kinderzombies, weil einfach Kinderschauspieler sehr, sehr schwierig sind oder vielleicht auch kostspielig, oder wir nehmen den The Walking Dead Grund, weil sie halt einfach schneller und mehr gegessen werden. Heißt, es ist weniger vom Kind da, das sich noch verwandeln könnte. Das ist ein sehr makabres Thema, fällt mir gerade auf. Aber es wäre so für mich die plausibelste Antwort, dass einfach gesagt wird, okay, die Kinder haben keine Zeit, sich zu verwandeln, weil sie halt wirklich im Vergleich zu einem Erwachsenen ein Snack sind. Ja, aber jetzt frage ich euch natürlich wieder mal, wie seht ihr das? Macht das für euch Sinn, dass sich deswegen so wenig Kinderzombies in The Walking Dead aufhalten? Oder habt ihr vielleicht noch andere Theorien? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr darüber freuen, eure Meinung dazu zu hören. Und um auf das Thema in einer anderen Sicht einzugehen, Fändet ihr mehr Kinderzombies realistischer, beziehungsweise interessanter? Weil ich persönlich muss sagen, in Horrorfilmen oder Serien finde ich Kinder am gruseligsten. Vor allem Zwillinge. Deswegen ist The Shining für mich so ein guter Horrorfilm. Ich fände mehr Zombie-Kinder tatsächlich cooler, weil es irgendwie auch den Punkt, sie zu töten, halt einfach ein bisschen konfliktiger macht. Also es ist halt mehr Konflikt. Natürlich Shane hat das Ganze gebrochen mit Sophia, aber ihr versteht schon, was ich meine. Es ist natürlich ein Konflikt, eher ein Kind zu töten, was natürlich trotzdem Zombies, aber ihr versteht. Deswegen, ich fände es schon sehr, sehr cool. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Und damit möchte ich mich auch direkt verabschieden. Und das war mal wieder ein The Walking Dead-lastiges Wochenende. Aber die Themen lagen mir auf dem Herzen. Und wenn ihr euch, wie gesagt, jetzt noch darüber informieren wollt, was am Freitag an dem Video abging, checkt es gerne mal aus, es ist hier irgendwo verlinkt. Und wenn euch solche Themen oder Theorien zu The Walking Dead oder Theorien zu allgemein, Filmen und Serien im Überbegriff interessieren, checkt doch gerne mal den Kanal aus. Vielleicht lässt sich hier irgendwas finden, was euch auch interessiert. Und dann lasst ihr noch gerne ein Abo da. Dann wäre ich super happy und würde mich sehr freuen. Andernfalls hoffe ich, wir sehen uns vielleicht im nächsten Video wieder. Dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Und ja, bis dahin bin ich aber erstmal raus. Ciao.